Bestimmte Programme oder auch Skripte möchte man beim Hochfahren des Raspberry Pis automatisch starten lassen, weil die immer laufen sollen. Das geht vergleichsweise einfach. In diesem Video zeige ich dir drei Wege, wie das mit Docker und auch mit anderen Methoden funktioniert. Nach dem Start des Linux Kernels übernimmt ein Init-System. Es startet alle weiteren Programme bis zum Anmeldebildschirm und kümmert sich um deren Lebenszyklus. Bereits auf einem frisch installierten GNU-Linux-System, wie zum Beispiel dem Raspberry Pi OS, hat man daher einige Prozesse im Hintergrund, die sich um diverse Aufgaben kümmern, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Zum Beispiel ein DHCP-Client, damit man mit Netzwerk, wenn man da verbunden ist, eine IP-Adresse bekommt, ein SSH-Swerber für den Fernzugriff oder aber auch Software, die mit dem WLAN-Netzwerk der eigenen Wahl eine Verbindung herstellt. Auf System mit grafischer Oberfläche befinden sich noch deutlich mehr Programme. Die meisten Distributionen verwenden mittlerweile Systemd. Es gibt verschiedene Init-Systeme, aber Systemd hat sich da durchgesetzt, auch Debian nutzt das schon seit einiger Zeit und damit auch das Raspberry Pi OS. Es wäre also am naheliegendsten, im Init-System hier Systemd eine sogenannte Unit anzulegen, um eben das Programm am gewünschten Zeitpunkt zu starten. Systemd ist mächtig, dadurch aber auch relativ komplex. Viele scheuen es daher und aufgrund der Komplexität werden wir uns hier nicht Systemd selber angucken, sondern alternative Wege, mit denen das einfacher funktioniert. Wenn du fertige Pakete verwendest, zum Beispiel hier sudo apt install nginx, den Webserver, dann solltest du wissen, dass du im Regelfall dich um den Autostart gar nicht kümmern musst, weil die nämlich ein Systemd-Unit mitbringen, um sich da entsprechend automatisch zu starten. Hier könnt ihr es im Verlauf sehen, da hat er eins angelegt, können wir jetzt mit SystemCT-Status nginx angucken. Das ist schon aktiv und läuft, das heißt mit curl-http-localhost sehen wir hier, da läuft der nginx und wir können auf den zugreifen. Das heißt, hier müsst ihr euch gar nicht um den Autostart kümmern, das hat schon das Paket für euch erledigt. Anders sieht es aber bei händisch installierten oder auch selbstentwickelten Programmen und Skripten aus. Als Beispiel habe ich euch hier in Python mal einen Webserver vorbereitet, das ist nichts Wildes, der liefert einfach nur so eine kleine Hallo-Welt-Seite aus und ist eben hier als Beispiel für was Selbstentwickeltes gedacht. Das speichern wir mal, das würde man jetzt normalerweise zum Testen hier mit Python direkt starten. Jetzt läuft der, wir können dann hier auf der Konsole mit curl zum Beispiel oder auch mit jedem Browser einmal auf http, wir sind hier auf dem Pi, localhost und der Port 8080, den ich mir im Skript angegeben habe, dann bekomme ich hier Hallo vom Python-Webserver, der zeigt mir das hier an und das läuft jetzt aber nur, solange die Konsole geöffnet ist. Wenn ich die hier schließe, dann wird meine Anfrage fehlschlagen, weil der nicht mehr läuft, das heißt wir möchten jetzt eben dieses Skript im Autostart legen, dass das immer im Hintergrund läuft. In den meisten Fällen dürften Container, also Docker, das am verbreitesten, die beste Wahl sein. Der Docker-Demon wird per Systemd gestartet und kümmert sich darum, dass eure Container automatisch gestartet werden, wenn das per Restart-Policy festlegt. Darüber hinaus hat Docker noch viele weitere Vorteile. Der Kern des Ganzen ist, dass man ein Programm mit allen Abhängigkeiten isolieren kann. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel besonders Ressourcen-Armel-Systeme, da macht es Sinn, darauf zu verzichten, aber in den meisten Fällen ist das aus meiner Sicht der beste Weg. Da habe ich auch schon andere Videos zu gemacht und erklärt, wie man es installiert. Hier ist es jetzt schon drauf, Docker mit Docker-Compose, das heißt wir können direkt loslegen. Ansonsten schaut euch mal die vorherigen Videos an, wo ich erklärt habe, wie man das einrichtet. Um unser kleines Python-Skript hier, also den Web-Server, jetzt zu dockerisieren, legen wir erstmal ein Docker-File an. Das werdet ihr sehen, das ist gar nicht so schwer. Ich habe das hier schon mal vorbereitet und füge das hier ein. Zum einen holen wir uns ein kleines Python-3-Alpine-Image, sagen hier, in App wollen wir unsere Daten ablegen. Da kopieren wir diese Web-Server.py-Datei, die wir gerade angelegt haben, hinein. Die Umgebungsvariable Python-Unbuffert, die ist eine Anweisung für Python und sorgt dafür, dass wir Log-Einträge, also diese vom Web-Server, das ja gestartet ist zum Beispiel, direkt sehen können. Und ansonsten folgt eben bloß noch hier das Kommando Python mit dem Skript. Das war es auch schon, das speichern wir. Und damit können wir weitermachen zur zweiten Datei, die wir brauchen, nämlich der docker-compose.yml oder yml. Auch hier braucht es nur wenige Zeilen. Zum einen sagen wir Services, da haben wir diesen Python-Web-Container, der soll Bild im aktuellen Ordner, also das Docker-Fall, was wir eben erstellt haben, ausführen. Sagt, ganz wichtig, jetzt die Restart-Policy, der soll immer gestartet werden, das heißt immer, wenn der Py startet. Und noch die Port-Freigabe auf 8080, damit der auch erreichbar ist, weil wir hier halt einen Web-Server haben. Wir haben jetzt also insgesamt nur drei Dateien, einmal das Python-Skript, den Web-Server, das, was wir dann starten möchten, dann das Docker-Fall, das erstellt uns mit unseren Anweisungen ein passendes Image als Grundlage, das Abbild und unser Docker-Compose, das auf Basis von dem uns dann einen Container startet. Das Ganze können wir jetzt mit Docker-Compose ab, mit "-d", für Detach, das im Hintergrund läuft, einmal starten. Das dauert anfangs eine Weile, weil dann auch das Image erst laden muss, habe ich hier jetzt schon vorbereitet und jetzt einmal mit Docker-Compose-PS gucken. Da läuft das im Hintergrund, wir sehen es mit den Port-Mappings und können mit curl auf localhost 8080 gehen. Da sagt unser Python-Web-Server Hallo und wir starten jetzt einfach mal neu und gucken, was danach passiert. Der Neustart ist durch und wir können hier mal Docker-PS machen. Da läuft unser Demo-Web-Server Python seit 54 Sekunden, denn wir haben ja gerade eben den ganzen Python neu gestartet und machen nochmal mit curl oder auch jedem Browser einen Test localhost 8080. Das läuft im Hintergrund, ohne dass wir das jetzt von Hand gestartet haben. Es gibt aber auch ein paar Szenarien, wo Docker nicht unbedingt die beste Wahl ist. Wie schon erwähnt, zum Beispiel wenig Ressourcen, aber es kann auch sein, ihr seid absoluter Einsteiger und wollt das Ganze so einfach wie möglich halten. Dann gibt es verschiedene Alternativen, zum Beispiel per Chrome-Tab. Chrome ist auf dem Linux-System dafür zuständig, um Programme zu bestimmten Zeitpunkten zu starten. Das geht bis auf die Minuten runter. Ihr könnt auch sagen, ich möchte zum Beispiel ein Programm jede Nacht um 2 Uhr laufen lassen für Backups oder ähnliches oder Aufräumarbeiten. Wenn auch Windows-Nutzer ist, kannst du dir das vorstellen wie die Aufgabenverwaltung. Die funktioniert ähnlich. Die Chrome-Jobs könnt ihr mit Chrome-Tab-e für Edit bearbeiten. Wichtig zu wissen, das Chrome-Tab bezieht sich immer auf den aktuellen Benutzer, also hier U-Labs zum Beispiel. Wenn ihr Root-Rechte braucht, müsst ihr das Ganze mit sudo bearbeiten. Mir reicht hier Chrome-Tab, das kann ich so bearbeiten. Dann bekomme ich hier so eine kleine Hilfe, wie das grundsätzlich funktioniert. Das sind alles Kommentare mit der Raute und drunter sind dann die jeweiligen Chrome-Jobs. Das ist im Standard leer. Der Syntax ist für Anfänger vielleicht ein bisschen kryptisch. Weniger bekannt ist, dass man das Ganze auch mit solchen Nicknames, nennt man das, definieren kann. Ich sage erst mal, wann soll der laufen. Noch unbekannter ist aber, dass es bei den Nicknames auch ein Add-Reboot gibt. Das wird Programme nicht nur beim Neustart aus, sondern generell und zwar im Gegensatz zu den zeitgesteuerten Aufgaben nur einmal. Das heißt, der Peil startet, dann wird Chrome geladen, der führt alle mit Add-Reboot aus und dann passiert das nicht mehr bis zum nächsten Start. Nach der Angabe des Zeitfensters, also hier jetzt eben Reboot, folgt der Befehl. Wichtig, ihr habt hier keinen dollar Path, das heißt, ihr müsst alle Binderteile mit komplettem Pfad angeben. Zum Beispiel bei Python wäre das userbinpython. Und jetzt folgt das Skript. Das liegt in Home, uLabs, DemoWebServer und heißt webserver.python. Wichtig, wenn das im Hintergrund läuft, macht hier Sinn, noch ein Und nach hinten zu setzen. Ansonsten, wenn das bloß irgendwas Einmaliges ausführt und dann beendet wird, braucht ihr das nicht. Jetzt muss das Ganze noch gespeichert werden. Ihr seht, das ist hier euer Texteditor, der wohl im Standard mit Selecteditor ausgewählt ist. Hier ist jetzt nano, wenn ihr keinen anderen ausgewählt habt, das heißt, hier kann ich jetzt mit STRG X das Ganze speichern. Bestätigen mit Y für Yes. Dateiname, das ist so eine Temporärdatei, das passt. Das schiebt ihr nachher in das CroneTab rein. Enter und damit ist der CroneTab aktiviert. Auch hier machen wir einmal einen Neustart. Der Pi ist wieder da, das heißt curl http localhost 8080. Sagt jetzt auch Hallo vom Python-Web-Server und mit PS können wir hier auch mal nach den Python-Prozessen suchen. Wenn man es richtig schreibt, dann funktioniert es auch. Nämlich ist das hier unser Skript. Wenn ihr die Desktop-Umgebung von Raspberry Pi installiert habt, dann könnt ihr als Variante 3 auch die XTG-Autostart-Spezifikation nutzen. Legt ihr eine Punkt Desktop-Datei an und die wird dann von der Desktop-Umgebung beim Start geladen. Das ist vor allem für grafische Programme interessant. Wir machen das hier einmal. Zuerst müssen wir die Konsole aufmachen und wir legen dort mit mkdir im Home-Verzeichnis den Ordner .config autostart an. Das ist ein versteckter Ordner und in diesem Ordner jetzt mit einem Text-Ettor eurer Wahl, Wim, Nano, welchen ihr bevorzugt, eine Punkt Desktop-Datei. Die kann frei wählbar sein. Ich nenne sie jetzt mal Browser.Desktop. Hier folgt jetzt in äckigen Klammern Desktop-Entry. Type gleich Application. Name ist wieder frei wählbar. Mache ich mal Browser starten. Das möchte ich nämlich hier als Demo machen. Exec. Jetzt wird es interessant. Jetzt kommt nämlich der Befehl, den ihr starten möchtet. Da nehme ich jetzt mal User-Bin Firefox mit https u-labs.de. Und sage hier noch Terminal, also Konsole gleich false. Das war es auch schon. Das speichern wir. Ich bin in UI, also WQ. Und jetzt machen wir einmal einen Neustart. Dann wird nämlich, sobald er hier wieder bootet, auf dem Desktop ein Firefox-Browser. Ich bin hier im Neuenerspiel bei iOS 12 übrigens. Da gibt es den schon. Davor wäre es Chromium. Der wird dann hier gestartet, also der Firefox, und anschließend mit der URL von u-labs gestartet. Sowas kann man also super verwenden, auch für den Kiosk-Modus, wenn man sagt, ich möchte jetzt irgendwelche Sachen automatisch im Vollbild-Modus starten und habe das dann eben mit wenigen Zeilen automatisch in meinem Auto starten. Theoretisch gibt es noch einen vierten Weg, und zwar über die, die müssen wir mit sudo aufmachen, sudo-wim-etc-rc.local-Datei. Da steht auch drin, das ist hier ein Batch-Skript. Das wird ausgeführt beim Booten. Das muss nur Exit 0 zurückgeben. Das heißt, auch hier könnten wir jetzt sagen, User-Bin Python, gefolgt vom Pfad zu meinem Skript, mit einem und, und dann wird das hier beim Booten auch gestartet. Warum sage ich theoretisch? Die Datei hier, die ist schon seit Jahrzehnten veraltet und ist im Grunde bloß über eine Kompatibilitätsschicht noch vorhanden, nämlich über die, wenn wir jetzt mal gucken, Systemctl-Status rc-local. Das ist ein Unit, das hat man hier als Kompatibilitätsschicht eingebaut, und das Ganze ist eben nicht plattformkompatibel. Das ist jetzt noch bei Debian zum Beispiel drin. Nun, bei Andistribution ist sie schon rausgeflogen, das heißt, da gibt es sie gar nicht und die wird nicht ausgeführt, deswegen würde ich davon abraten. Ich empfehle die ersten drei Methoden in diesem Beispiel, entweder Docker, CroneTab oder aber über die Desktop-Dateien. Wer das nicht nutzen möchte, der kann Systemd verwenden, da er die volle Kontrolle und kann noch im Detail festlegen, auch Abhängigkeiten und solche Geschichten. Das ist dann ein bisschen komplexer, aber da kann man sich dann zum Beispiel mal hier mit Systemctl, sudo Systemctl cat rc-local.service angucken, wie da so ein Unit aufgebaut ist, das im Grunde dieses Skript hier über Systemd startet, als Workaround und das als Grundlage nehmen, um eigene zu schreiben. Das wird aber umfangreicher und ist daher nicht mehr Teil von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr noch mehr Informationen rund um Linux, Raspberry Pi und andere Themen aus IT und Technik haben möchtet, schaut mal hier am Rand, da habe ich noch weitere Videos und Anleitungen für euch. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.